Ach so, ja, aufstehen, ja, wenn man, wenn man es hat, ja. Na dann, was machen wir jetzt? Speichern kann man mal, würde ich sagen. So, hi. Jede Nacht seitdem, äh, ja. Ah, ja. Äh, ich bin... Entschuldigung, Lieber. Schön, dass du dir gut machst. Auf jeden Fall, Master Zell, fühle dich frei, mich zu besuchen, wenn du gerne möchtest. Ja, wir werden sicher, dass wir dir den höchsten Preis geben, den wir haben können. Wir werden warten. Gut. Dann gehen wir mal raus und schmieden mal ein paar Sachen, würde ich sagen. Bietet sich ja jetzt an. Hm. Lass mal gucken. Autsch. Ja, au. Hi. Hallo, Wahrsager. Fängst du einen Frosch auf dem Holzsteg am Fluss, wird das Glück dir Holz sein. Ja, oh nein, das werde ich niemals tun. Na, danke, danke. Ja, ha, ha, ha. Okay, das war sehr verstörend. Hey, Horace. Hey, Horace. Das freut mich für dich. Oh, Master Zell, es ist gut, dich zu sehen. War es nicht etwas, was du mit ihm diskutieren wolltest, was du mit ihm diskutieren wolltest? Und was wäre es? Oh, ja. Ich mag die Musik übrigens sehr. Sie ist toll. Hörst du die Rundfunk über das Wetter in der Süden der Stadt? Okay. Nein, ich kann nicht sagen, was ich habe. Was ist das? Well, du kennst, wie die Reptids in den Tunnel entdeckt haben. Einer dieser Tunnel hat sich mit dem Wettbewerb verbunden. Okay. Natürlich, wenn ich über das gehört habe, konnte ich mir nicht helfen, aber für mich selbst herauszufinden. Aber ich wurde so gefühlt, dass ich ein sehr schade Buch verabschiedet habe. Ja, ich hol's. Horace hat mir gesagt, er brauchte diesen Buch, um einen Weg zu verabschieden, um Wettbewerb zu verabschieden. Ah. Ich bin sehr entschuldig, dass du immer in meinen Schaden verabschiedet hast, wie diese. Okay. Osten der Stadt ein Brunnen, okay. Äh, ja. Ich wollte nur mal gucken. Das Ritterschwert hier nämlich. Ob er das besser machen kann. Okay. Sonnenstein können wir machen. Dann machen wir Karma mal besser. Okay. So, Blitzstern ist jetzt fertig. Memento kann man noch nicht verbessern. Armbrust können wir mal verbessern. So, du kannst ja mal... Sonst den Rest können wir mal verkaufen, würde ich sagen. So, einen Schlitter lassen wir mal noch. Okay, sehr viele Schutze auf zwei. Rüstungen schmieden können wir... Ah, hier, das können wir zum Beispiel besser machen. Lederbeinschutz oder Lederrüstung mal. Ich mach die Talenrüstung mal besser. So, mehr geht nicht. Okay. Ja, sollten wir mal. Was mich aber interessiert, ist dann nochmal die Ausrüstung hier. Also hier mal das Ritterschwert. Ist schon besser als ein Betäuber. Ah, den Betäuber können wir noch besser machen. Echt immer das Ritterschwert. So, wer will Betäuber haben? Na, du nicht. Okay. Okay, und der Ogrehammer war ja sowieso schlechter, ja. Wir haben ja einige Fünferrüstungen, oder? Waren da nicht viele Zweierrüstungen? Oder haben wir die schon alle... Okay. Oder waren es Beinschutze? Das waren wir, glaube ich, Beinschutze, ja. Ja, dann kannst du das mal anziehen. Ähm... Auch du kannst das hier gerne haben. Und du ziehst dann... Das hier an. Okay. Schauen wir uns mal diesen Brunnen an, der so... Verdächtig ist. Ich bin gespannt. Okay. Äh... Osten hieß es. Okay. Na, dann ist der Brunnen ja hier unten, oder? Da war ja hier dann... Wenn wir jetzt hier nach links gehen... Genau, da müsste ja der Brunnen jetzt links sein. Obwohl es nicht dieser Brunnen scheint, weil da kann man nichts reinwerfen. Obwohl es ja nur den einen Brunnen gibt, also ich kennste keinen anderen Brunnen. Es freut mich, dass es so toll ist, die Vögel zu füttern. Dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja diesen Brunnen. Aber hier scheint nichts zu sein. Und das hier ist ja noch nicht mehr Osten. Eigentlich nicht, ne. Vielleicht ist noch ganz rechts vielleicht ein Brunnen. Mal gucken. Wenn, sah das ja sowieso nicht aus wie eine Quest, die wir zwingend machen müssen. Okay, lass mal nochmal gucken. Brunnenplatz. Ja, aber eigentlich müsste das doch dieser Brunnen sein, oder? Okay. Okay, hier ist was. Obso, nein! Äh. Das tut mir leid, ich war in Gedanken. Da sind mir die Zitronen runtergefallen. Bist du auch nicht verletzt? Nein, das ist gut. So, es passiert mir andauernd. Kein Wunder, dass mich alle Schussel nennen. Ach, ich muss so gerne hier arbeiten, sonst schüfft mein Chef. Ich heiße Mina. Ich konnte mich noch nicht richtig entschuldigen. Also komm mal wieder. Ich bin immer hier in der Gegend. Bis dann. Okay. Aha. Master Zale. Was? Master Zale. Okay. Bitte zurück ins Schloss. Kommen wir hier ins Schloss, oder? Wie kommen wir denn zum Schloss? Ja, ich weiß. Wie komme ich denn zum Schloss? Hier lang? Moin, du ich nicht. Dass wir sofort wieder zum Schloss kommen müssen. Schmied waren wir ja schon, also müssen wir nichts mehr schmieden. Ich habe diese Buchstory noch nicht verstanden, weil... Spaß haben wir im Brunnen, aber da ist nichts passiert. Hier ist ja auch im Brunnen, aber der wird mir auch nichts helfen. Sonst, wo könnte noch ein Brunnen sein? Osten. Keine Ahnung. Warte, was? Eine Flasche roter Wein? Ja, aber ich bin jetzt voll zu besuchen, wo diese rote Fahne war. Dann gehen wir mal zum Schloss. Na, hi. Ich bin ja gespannt, was der Graf wieder von uns möchte. Wahrscheinlich sagt er sowas wie... Ja, jetzt macht er das mal für mich, okay. Oder er fragt nach der Entscheidung. Weil, keine Ahnung, was für was wir uns entschieden haben. Oder dass Sales sich entscheiden wird. Wir müssen da lang. Ich weiß nicht, wie lange es ist. Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht, wie lange du ein Ritter sein wirst. Es bringt auch nichts, wenn du es andauernd erwähnst. Master Zale, der Kanzler! Ja, ich habe, ich habe es mittlerweile verstanden, dass, ähm, der Graf auf uns wartet. Hast du eine Entscheidung gekommen? Soon wird du ein Ritter werden. Und wenn du gut performst, dann würde ich mir vorstellen, dich Marikallister zu machen. Das klingt nicht so schlecht, hat es? Okay, dann machen wir es halt. Nein! Die Entscheidung war scheiße eigentlich, aber ist okay. Und jetzt ist meine Meinung zufrieden. Kalister ist sicher, dass sie auch glücklich sein wird. Haha, excellent! Excellent! Ich werde dir dieses Schmerz geben. Okay, er sagt excellent. Ich werde dir in der Argonen-Familie. Der fallende Engel. Dinge werden hier viel arbeitiger werden. Ich erwarte große Dinge von dir. Okay. Ich bin gespannt, ob das wirklich eine gute Entscheidung war. Ich bin gespannt, dass ich euch alle hier für ein sehr wichtiges Begrüßung habe. Dieser Schmerz hat uns eine Sache gezeigt, dass die Gefahr der Graf von der Graf hat nicht nur in der Geschichte verabschiedet wurde. Glücklich, die Krise wurde verabschiedet. Aber der Graf vielleicht wird planen, um wieder zu schießen. Uh oh. Oh nein. Oh nein, oh nein. Ich bin Zael. Ich bin Zael. Ich bin enttäuscht. Ja, ich bin auch gerade enttäuscht von, ähm, ja. Zael. Ich bin enttäuscht. Ich hasse dich. Es übertreibt nicht gleich. Nein, ich hab das Falsche gemacht. Ich bin Zael. Ja? Wahrscheinlich hast du das Falsche gemacht diesmal. Wahrscheinlich hast du das. Egal. 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 Schon okay. Schon okay. Und so Zael und Dagram became knights in training and official retainers of the court. Their dream was finally within their grasp. It seemed that their days of fighting for survival might soon come to an end. The wheels were in motion. Yet Zael still harbored some doubt. Ja, so wirkte das auch die ganze Zeit, ja. Äh, ich weiß nicht, ob man sich darüber freuen sollte. Hey, der kleine Junge. Oh, oh ja, klar. Natürlich Kappa. Oh, oh ja, ich weiß nicht, dass wir ein Freund haben heute Abend haben, ohne all die usualen Bickering. Also, ich glaube, es ist alles in der Krieg mit den Garek, dann. Es sieht aus, dass wir alle eine Chance haben, um unsere Dinge zu zeigen. Genau. Zael und ich vielleicht haben wir erst getroffen. Aber Sie haben alle getroffenen Retainers in Count Argenen's Court. Der dream ist für alle von uns zu sein knights. Ich werde nicht weiter arbeiten, um das zu arbeiten. Ich kann nur sehen, dass Sie den Blick auf Sael Hohitytoity's face, wenn er weiß, dass wir ein knight sind. Sael, was ist falsch? Das ist supposed to be good news. Oh, es ist nichts. Are you feeling disheartend, weil du nicht konnte sehen, Lady Callista? Nicht in die Dumps. Women change their minde von einem zu dem zu dem. Indeed. Never has a true reward been scored. Uh, was you're saying about me? Uh, das ist wirklich hot. Uh, ja. Ja, das frage ich mich auch. Äh, ja, feiern! Na ja. Na, Degren. Oh nein. Oh ja. Ja! Na, hi. Oh, Zael, ich habe etwas gut für Essen gemacht. Hier, willst du etwas? Du musst es nicht sofort essen. Aber wenn du es machst, erzähl mir, wie es ist. Okay. Und nicht Marania lassen sie ihre Hande auf sie, sie wird das Loch schocken. Äh, ja. Sie hat so gut gefragt. Dann habe ich ihr einen, dann einen anderen und einen anderen. Ja, das ist sie, ja. Sie sind immer noch in der Lauf-Spirit-Sale. Aber Degren hat sehr hart gearbeitet, um dich so weit zu kommen. Das ist die Zeit, um zu essen und zu trinken. Und zu essen und zu essen und zu essen und zu glücklich zu sein. Und essen, oder? Also, essen ist beim Wichtigsten. Ja, ja, was auch immer. Das freut mich. Äh, hier oben noch irgendwas? Ist Jürich eigentlich ein Zimmer, oder? Ach nee, da ist Jürich. Hi. Degren hat immer eine Schwung, die er nie benutzt. Was ist das? Oh. Es ist etwas, das ich und Degren bought, als wir erst auf unsere Band of Mercenaries. Das Schwung ist, wie... ...die erste Schritt auf der Straße zu unserer Trauung. Fair genug, aber wie kann man ihn nicht benutzt? Wir waren ziemlich jung, als wir ihn verbringten. At der Zeit, wir haben nicht gedacht, es ist eigentlich nur ein Ceremonial-Sword. Oh. Aber Degren nennt es unser Trezure. Okay. Zale! Komm hier und chat für mich. Ach nein. Oh nein. Ah, ja, okay. Beide, Zale. Du willst nicht nach dem Morgen escape. Meinetwegen. Sei es drum. Okay. Freut mich. Und am nächsten Morgen? Ja? Ja? Warum ist dieser Typ, den du willst, also... Du bist aber spät dran, wolltet nicht zum Schloss, die anderen sind schon weg. Oh, äh, ja, dann geh ich mal zum Schloss. Okay, wieso haben die nicht auf mich gewartet? Oder haben mich aufgewertet? Ja, ihr seid tolle Freunde. Definitiv. Aber wieso seid ihr nicht so früh wach? Ihr habt alle gut getrunken und ich... Ich hab nichts getrunken und ich... Ich wache später auf. Na, dann mal hinterher. Autogeräusche sind toll. Äh... Was denn? Marie, wo bist du, Marie? Okay. Döööööööööööö Tolle Musik. Wir gehen ins Schloss. Wir gehen ins Schloss. Aluminium. na dann wo sind die denn sind die bei der bei der großen halle oder ist die beim grafen ich gehe mal zum graf oder mal gucken vielleicht dort wozu braucht der graf und sind alle zusammen wir sehr seltsam ja keine ahnung wie immer sehr verdächtig es ist schon sehr früh okay Ich glaube, das war das, worüber wir gelesen haben. A man with the mark of the Outsider will have the ability to reawaken the fortress. Mhm. Okay. Na gut. Na gut. Das ist jetzt... Wir schaffen das, oder? Okay. Die Musik war sehr schön. Ich habe mich gerade gewundert. Im Schlosshof. Militärflügel. Okay, ich bin gespannt. Ich war gerade nur kurz verwundert, dass die Musik weg war. Deswegen... Bin ich hier richtig? Ich habe keine Ahnung. So hundertprozentig kenne ich mich dann hier auch nicht aus, also... Wäre schön, wenn man mir sagen würde, wie es hier lang geht. Ich gehe einfach nach geradeaus. Das funktioniert immer. Hi. Man... Bist halt doch nicht im Weg. Ja, was du auch immer gesagt hast. Ich konnte... Ich habe dich weggedrückt. Tut mir leid. Okay. Okay. Und töte ich keine Wunschung. Äh... 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 Davon klingt nichts richtig? Davon klingt gar nichts richtig? Okay. Okay. Der Ort ist zwar schön, aber nein. Hier will ich nicht hin. Gibt es eine Schnellreise? War das nicht so? Nein. Ich bin nämlich total verwirrt gerade. Es tut mir leid. Äh... Ja, dann... Nein, 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 nein. Ich wollte zurück, meinte ich eher... Militärflügel. Ähm... Ja, dann... Weiß ich nicht. Ja, gut. Dann... Äh... Schlossgewölbe. Wo... Wo auch immer ich jetzt lang muss. Ne, wir finden schon was. Das sieht auch alles falsch aus. Dass... Dass die Musik weg ist, macht mir keine Sorgen. Nein, überhaupt nicht. Hi. Ja, ja. Ja, ja. Ne, ne, schlucke. Äh... Ja, hier ist das Schlosshof und... Wo? Also, also, also... Doch, Schloss? Ich bin verwirrt. Sehr verwirrt. Ist okay. Äh... Ja. Äh... Okay. Ich verstehe. Hi. Ach so. Ach so. Welches Secret Stairs? Hier ist das, um sie aktivieren. Ne, das wollte ich da tun. Okay. Dann gehen wir mal da runter. Das heißt, wir werden auch wieder lange nicht in der Stadt sein. Ja, das habe ich schon zehntausendmal gehört. Danke, Herr Ritter. Möchte mir noch irgendjemand sagen, dass der Graf sich im Schlossgewölbe befindet? Nein? Schade. Ich habe es nämlich nicht verstanden. Wo muss ich hin? Schlossgewölbe? Kann das sein? Ich glaube nicht, oder? Nein, ich glaube, ich habe mich da verhört. Verliest war es, oder? Hoi. Einfach hoi. Hätten wir nicht zusammen hingehen können? Ja, wir warten. Ja, wir warten. Ja, wir warten. Okay. Schon okay. Ja! Mirania darf uns begleiten. Ja, sie darf. Ja, die Kuppe gefällt mir. Hast Bando und Waifu. Okay. Bin bereit. Na dann. Let's go. Der Weg zum Raum der Aschendung. Nichts hat in ihren desolten Korridoren gestorben. Aber es war etwas da. Eine schwarpte Presence. Eine inescapable Gefühl von Drede, die das Luft auslögt. Okay. Was ist dieses Platz? Keine Ahnung, wir werden jetzt speichern und ich beende die Aufnahmesession dann. Für jetzt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann und Tschüssikovs. Kommt einen schönen Tag. Ich weiß, es ist in dem Kastel, aber das ist unmöglich. Ja, ich kann nicht meine Kopf um es zu gehen. Danke. 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 Jetzt könnt ihr gehen.